Drei, zwei, eins, los! Kehre nun zur Ausgangsposition zurück. Arme meine Bewegungen nach, während wir an dieser Position arbeiten. Hörst du, wie sich dein Rücken streckt? Gehre nun zur Ausgangsposition zurück. Arme meine Bewegungen nach, während wir an dieser Position arbeiten. Drei, zwei, eins, los! Hörst du, wie sich dein Hammer ausgerüstet? Gehre nun zur Ausgangsposition zum Fall der Ausgangsposition zu nehmen. Bis zum Fall. Gehre nun auch wieder. Gehre nun. Drei. Gahre nun. Gehre nun. Gehre nun. Das war's für heute. Ende, drei, zwei, eins, los! 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 Ende, drei, eins, los! Ende, drei, eins, los! Ende, drei, eins, los! Ende, üç, eins, los!